Die Buchhaltung? Warum fragt er denn nicht Otto? Die Buchhaltung? Gleif, hast du den Brief gekriegt? Darum bin ich hier. Otto darf uns nicht hören. So, jetzt besser. Etwas. Gleif, ich muss dir was sagen. Sieht aus, als wären wir ein wenig im Zahlungsrückstand bei einigen Gläubigern. Und es könnte vielleicht meine Schuld sein. Aber ich dachte, das wäre alles längst abbezahlt. Wirklich? Ich habe da wohl das ein oder andere... ...übersehen. Und auch falsch aufgeschrieben. Ich bringe das alles in Ordnung, versprochen. Es wird nur eine Weile dauern und... Otto darf auf keinen Fall davon wissen. Tja, zu spät, würde ich sagen. Otto! Du bist ja auch hier. Verstehe ich das richtig? Du hast vergessen, unsere Gläubiger zu bezahlen? Und kommst damit nicht gleich zu mir? Sondern wendest dich an Gleif? Und er sollte jetzt da also raushelfen. Gleif! Er hat den Ort aufgebaut, den du gerade fröhlich ruinierst. Und du dachtest, das wäre ein guter Plan? Wirklich? Und... Wem schulden wir was? Ach, äh... Nur Martha. Der Madame. Und auch, äh... Caron. Aber nur 500 Myriaden. Wir schulden drei unserer engsten Verbündeten fünf Millionen, Gil? Ja. Jedem davon. Fünf. Sie haben uns den Großteil des Geldes für den Wiederaufbau geliehen und, äh... Da muss mir wohl was... Entgangen sein. Die Buchhaltung war meine Aufgabe. Und ich bin derjenige, der sie dir anvertraut hat. Es ist meine Schuld. Haben wir das Geld? Wenn nicht, kann ich meinen Onkel fragen. Nein, tun wir nicht. Und nein, wirst du nicht. Wir haben Lord Rosfield schon genug geschröpft. Er hat uns so großzügig beschenkt. Da werden wir nicht auch noch bei ihm betteln gehen. Außerdem... Wir müssen lernen, selbst zurechtzukommen, wenn das Versteck überleben soll. Na gut. Aber du musst das Problem trotzdem nicht allein lösen. Kann ich dir irgendwie helfen? Vielleicht ja. Bringst du die hier für mich zu Martha und Madame? Steine. Steine, sagt er. Bring mir auch nur schlappe tausend Myriaden pro Stück. Die haben Sid und ich damals auf die Seite gelegt. Für schlechte Zeiten. Und ich denke, 15 Millionen fällige Schulden kann man getrost so nennen. Hoffen wir, dass unsere Freunde sich etwas besser auskennen als du. Da bin ich sicher. Eigentlich sollte ich selbst gehen. Aber du weißt ja, wie es hier ist. Einer muss ja Anweisungen und Arschtritte geben. Ich weiß. Deswegen übernehme ich das gern für dich. Gott je. Warum wohl hat unser Clive jetzt nur zwei Sternrubine? Weil du möchtest, dass Charon mich umbringt? Um ihn würde es mir nämlich leid tun. Ja. Dann sehen wir uns hoffentlich bald. Keine Sorge. Charon wird sicher Verständnis haben. Wirklich? Ganz im Ernst? Nein. Er nicht. Clive! Pass da draußen auf dich auf, ja? Wir haben dich nicht erwartet. Da geht es mir genau wie euch. Aber ich höre, wir schulden dir noch, äh, eine ganze Menge Gil für deine Hilfe beim Wiederaufbau. Also, wahrscheinlich nicht, was du erwartet hast, aber würdest du als Zahlung das hier akzeptieren? Ein Sternrubin? Der ist viel zu viel wert. Mindestens das Doppelte eurer Schulden. Mehr sogar mit dem richtigen Käufer. Behalte den Rest als Zinsen. Zinsen? Wenn das rauskommt, wird sich niemals wieder jemand auch nur einen Gil von mir leihen. Außerdem, warum kommst eigentlich du damit zu mir? So was macht doch Otto. Muss seine Hoheit jetzt schon selbst seine Schulden begleichen gehen? Brumbeer hat sich wohl zu Tode gearbeitet. Mehr oder weniger. Manchmal glaube ich, dass das Versteck nur dank ihm noch steht. Alles beim Alten, ne? Damals, als das Versteck noch kaum mehr als eine von Sids abenteuerlichen Ideen war, soll er sich als allererstes an Otto gewandt haben. Ihm war wohl klar, dass der Plan ohne Ottos starke Arme und kühlen Kopf scheitern würde. Sid war vielleicht das Aushängeschild, aber Otto war schon immer das Rückgrat. Und als Sid nicht mehr da war, hatten wir Angst, wie es weitergeht. Dass Otto einfach aufgibt. Sein Tod hat alle getroffen. Aber sicher niemanden mehr als Otto. Er hat aber nicht aufgegeben. Ganz im Gegenteil sogar. Er war es doch, der dich überhaupt als Sids Nachfolger nominiert und die anderen überzeugt hat. Er muss etwas in dir gesehen haben. Dasselbe, das er in Sid sah. Und wer tut das nicht? Zum Glück bist du sogar nur halb so stur und doppelt so stattlich wie er. Noch dazu hast du gute Freunde. Das scheint mir auch so. Das scheint mir auch so. Wie kann ich da gar nicht so nur unterdienlich sein? Du siehst durstig aus. Ich weiß, was du hier... So, genug geredet. Lass uns doch in den Schleier gehen. Isabel, ich habe etwas für dich. Ach so? Womit habe ich das verdient? Meine Güte. Clive, du hast dich wirklich selbst übertroffen. Otto hat mich beauftragt. Wir möchten damit unsere Schulden begleichen. Und uns für die lange Wartezeit entschuldigen. Oh, du enttäuschst mich, Clive. Ich dachte, du findest endlich Gefallen an mir. Otto kann seinen Tant behalten. Das habe ich ihm doch schon letztes Mal gesagt. Er schuldet mir gar nichts. Und ihr anderen auch nicht. Ich habe von Herzen gern beim Wiederaufbau des Verstecks geholfen. Und ich würde es wieder tun. Sieh ihn als Zeichen unserer Dankbarkeit. Du hast ihn dir verdient. Bitte, nimm ihn an. Meinetwegen. Und für Otto. Für uns alle. Für all die Hilfe. Er ist wirklich schön, oder? Also gut. Ich bin froh, dass Otto dich hat, Clive. Nichts könnte jemals seinen Sohn ersetzen. Aber du und die anderen im Versteck, ihr seid für ihn fast wie eine Familie. Er hat einen Sohn. Früher, ja. Ich habe gehört, dass er ihn im Kindesalter verloren hat. Sid hat sich die Schuld daran gegeben. Ich weiß nichts Genaues, ob er denn etwas hätte tun können. Aber es lag ihm schwer auf der Seele. Das wusste ich nicht. Wie solltest du auch. Das tun die wenigsten. Außer Sid kenne ich niemanden, der seinen Schmerz in derart unerschütterlichem Schweigen erträgt. Wirklich eine Unart, wo sie doch beide schon immer von so guten Freunden umgeben waren. Ich verstehe, was du meinst. Ich sollte Gautier Bescheid sagen, falls er noch lebt. Irgendwas ist mit ihm. Gautier, du weilst noch unter uns. Dann hat Charon den Rubin angenommen. Äh, also ist es so. Ich habe es versucht, aber sie hat ihn rundheraus abgelehnt. Sie hat ihn mir beinahe an den Kopf geworfen und gesagt, ich soll mir doch den blöden Stein sonst wohin stecken. Charon wollte keine Bezahlung? Vielleicht habe ich sie beleidigt. Du warst sicher höflich wie immer. Ich rede mal mit ihr. Oh, mein Retter. Hoffentlich hast du mehr Glück als ich. Hallo Charon. Ich höre, dir hat unser Angebot nicht gefallen. Wäre dir eine Rückzahlung in Gil lieber? Rückzahlung? Ich wüsste nicht, dass ich hier irgendwem was geliehen hätte. Möglicherweise habe ich ein, zwei Myriaden zum Versteck beigesteuert. Aber das waren Spenden. Und was für eine Wohltäterin fordert ihre milden Gaben zurück. Natürlich waren sie das. Trotzdem wäscht eine Hand die andere. Und dem Versteck geht es jetzt besser. Den Dank eines zum Prinzen gewordenen Bettlers wirst du doch nicht ablehnen. Ach, wir sind jetzt also ein Prinz, ja? Na schön. Aber ich werde ihn verkaufen und nur meinen Anteil behalten. Den Rest bekommt ihr verstanden. Wo hast du ihn überhaupt her? Ein guter Händler könnte für einen Sternrubin gut tausend Milliarden bekommen. Und ein Gewitzter würde behaupten, er stamme direkt vom Gürtel von Sid, dem Geächteten, persönlich. und das Doppelte verlangen. Ich glaube, mir fällt auch schon eine Käuferin ein. Vielleicht kennst du sie sogar. Eine Dame von Übersee, deren Schönheit nur von ihrem Händlergeschick übertroffen wird. Stört dich doch nicht? Keineswegs. Lass sie nur wissen, dass wir immer gern mit ihr Geschäfte machen. Wie ich höre, hast du alle drei Rubine übergeben. Und das dank ihm hier. Wofür bezahlen wir dich eigentlich? Da fällt mir ein, ich, ähm, ich, äh, warte immer noch auf meinen letzten Monatslohn. Oh, was man dir schuldet, merkst du dir, ja? Setz dich gefährlichst hin und steh ja nicht auf, bevor die Bücher im Reinen sind. Sofort. Den kenn ich doch. Tust du, ja. Sehr gut sogar. Der einzige Kelch, den Sid je benutzt hat. Aus Gewohnheit. Oder weil der Dreckspat zu faul war, sich einen sauberen zu holen. Ich weiß so wenig über ihn. Wie fast jeder. Martha und Madame scheinen einiges mit ihm erlebt zu haben. Hm. Das haben sie. Wie lange kanntest du Sid, bevor er... Bevor er starb? 20 Jahre. Ungefähr. Früher war ich, ähm, Zahlmeister auf einem Handelsschiff. Von da kenne ich ihn. Er war mit an Bord nach, ähm, weiß nicht mehr. Und weil es nachts sonst nichts zu tun gab, haben wir zusammen rumgetrunken, bis mich die Morgenglocke wieder zur Arbeit gerufen hat. Kurz darauf habe ich gekündigt, weil ich nämlich eine junge Frau geschwängert hatte. Aber Sid und ich sind Freunde geblieben. Wir wollten irgendwann nochmal gemeinsam auf See. Das war... bevor das Schicksal... es anders mit mir meinte. Der Sohn, der mir geboren wurde, stellte sich als Träger heraus. Und das war unmöglich zu verstecken. Er hätte deine Familie nicht... Meine Familie wollte den Kleinen gar nicht. Das kleine Monster sollte nur weg. Ich konnte ihn nicht aufgeben. Einfach so vergessen. Und ich habe nicht verstanden, wie alle anderen das konnten. Zum Glück... dachte Sid genau wie ich. Und er war an meiner Seite, als ich die Welt nur noch brennen sehen wollte. Er hat für mich geweint, als ich selbst keine Tränen mehr hatte. Er hat geschworen, dafür zu kämpfen, dass das alles aufhört. Und er hat sein Wort gehalten. Hat Walut den Rücken gekehrt. Sein Rang, sein Einfluss. Weg. War ihm egal. Er hat alles aufgegeben, um gegen ein Unrecht zu kämpfen, das dem Rest der Welt nicht mal bewusst war. Da wusste ich, ihm werde ich folgen. Bis ans Ende aller Tage. Er hatte schon immer die Gabe, die Welt zu durchschauen, unser Sid. Während wir einfach jede Lüge geschluckt haben, die uns aufgetischt wurde, hat er alles hinterfragt. Es war bestimmt nicht einfach, diese Last allein zu tragen. Hat ihn aber nicht abgehalten. Er hat immer fest an das geglaubt, was er für richtig hielt. Deshalb haben wir an ihn geglaubt. Geglaubt, dass er uns den Weg weist. Und ich habe mir geschworen, für immer dicht bei ihm zu bleiben, damit ich ihn auffangen kann, falls er stolpert. Nicht mal das habe ich geschafft. Was soll's? Ignorier einfach mein dummes Gerede. Ach, das Zeug. Lass nur, ich räum's nachher weg. Das, das ist Sitzhandschrift. Lieber Otto, ich bin besoffen, aber du sollst wissen, das Versteck wäre erledigt, ohne dich. Du bist der Beste, Brombeer. Dieser Brief. Was ist damit? Sitz hat recht. Ohne dich werden wir verloren. Hätte er mir doch mal sagen können, dieser wenigstens einmal bevor. Aber warum auch? Ich hätte ihn doch sowieso nur wieder angeblufft. und das stimmt nicht. Was ihr sagt. Ich bin sicher nicht der Einzige, der das Versteck über Wasser hält. Das sind wir alle. Ich gebe nur manchmal einen kleinen Schubs, wenn nötig. Und selbst das nur mit mäßigem Erfolg. Soll Gottier übernehmen? Ein paar Jahre werde ich das Ganze noch verkraften, glaube ich. Na, das will ich doch schwer hoffen, Otto. Warte noch kurz. Sitz hätte gewollt, dass du ihn hast. Aber das... Der hier reicht mir völlig. Danke für die kleine Aufmunterung. Ich werde es wieder gut machen. Hast du schon. Auf geht's. Pfleg Ambrosia! Ich werde es wieder gut machen. Untertitelung des ZDF, 2020 Ab nach Hause! 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 Ab nach Hause!